Hi, ich bin Nick und ich freue mich, dass du dich für meinen IHK-Prüfungsvorbereitungskurs für deine perfekte IHK-Prüfungsvorbereitung auf die Abschlussprüfung zum Industriekaufmann interessierst, den ich dir heute zusammen mit René von GRIPSCoachTV anbieten kann. Aber wer bin ich eigentlich? Mein Name ist Nick Debner und ich habe 2018 meine IHK-Prüfung zum Industriekaufmann sowohl mündlich als auch schriftlich sehr gut abgeschlossen. Danach habe ich mich dazu entschlossen, anderen Auszubildenden bei ihrer perfekten Prüfungsvorbereitung zu unterstützen. Seitdem habe ich unzähligen anderen Auszubildenden zu sehr guten und guten Noten in ihrer Abschlussprüfung verholfen. Besonders hat mich eine Teilnehmerin aus dem letzten Jahr erfreut, die in ihrer Abschlussprüfung sogar 98% erreicht hat. Und das alleine mit meinem Kurskonzept. Wie gehe ich also in meinem Kurs genau vor? Zunächst einmal werde ich dir alle grundlegenden Inhalte des Kurses nahe bringen. Das heißt, ich werde dir die prüfungsrelevanten Inhalte aus dem Bereich der Geschäftsprozesse, der kaufmännischen Steuerung und Kontrolle und der Wirtschafts- und Sozialkunde detailliert im Videoformat erklären. Gleichzeitig kannst du diese prüfungsrelevanten Inhalte aus den drei Prüfungsbereichen auch noch als Lernzettel im PDF-Format abrufen. Neben diesem Grundlagenbereich aller relevanten Inhalte werde ich danach noch einmal auf die besonders wichtigen Inhalte für deine IHK-Prüfung eingehen. In meiner eigenen IHK-Prüfungsvorbereitung bin ich nämlich alle IHK-Prüfungen seit dem Jahr 2003 durchgegangen und habe dabei festgestellt, dass einige wichtige Inhalte sich stets wiederholen. Genau auf diese Inhalte werde ich in diesem Kursbereich eingehen und dir diese noch einmal detailliert im Videoformat erklären. Natürlich kannst du auch diese Videos wieder von überall abrufen und natürlich findest du hierzu auch wieder die Lernzettel zu diesen wichtigen Inhalten im PDF-Format im Kurs wieder. Neben den wichtigen Inhalten werde ich dir darüber hinaus alle für die IHK-Prüfung relevanten Rechenschemata erklären. Du erhältst somit wieder eine Erklärung im Videoformat mit Rechenschemata und passenden Beispielen aus der IHK-Prüfung und gleichzeitig erhältst du diese Inhalte wieder im PDF-Format als Lernzettel, um jederzeit mit diesen Inhalten üben zu können.